Ok. B. Und aufmachen. Ein Sammlergemälde. Epic! Ne, wie schön. Ich finde, wir können auch mal so langsam zum Ende kommen mit dem Spiel. Irgendwann dann mal... Nicht mehr 100. Ne, das brennt immer noch. Aber jetzt sind wir irgendwie von total Eis in total... Schnee. Ne, alle... Ach, in Schnee sind wir jetzt! Lava meinte ich natürlich und... Ja, 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 komm. Denk nicht, ich gehe Suizid. Oh, ja. Ja, natürlich, hier ist schon wieder so ein Fummler. Der setzt sich erstmal in Lava und ihnen stört das nicht. Das ist okay. Kannst du mir mal einen hinhalten hier? Moment. Ah, okay, so geht's auch. Okay. Ja. Überrextration noch. Gute Sache, das. Er hat die Erfahrungen noch eingesammelt. Ja, ja. Das ist jetzt irgendwie doof. Nein, ist es nicht. Doch, du bist doof. Toll. Das ist blockiert, oder? Werden wir beide in den Feuerding reingetrieben. Super. Ja. Gleiche Boss. Jetzt? Geht noch nicht hoch genug. Stimmt's. Ja, dank schön. So geht's natürlich auch. Ähm. Ja, ne? Aber wie kommt man denn jetzt da hoch? Mach ich mal mit dem zauberen Teil unter den Arsch. Was ist denn dir? Und... Ah, wo ich direkt ins Feuer gespawnt? Okay. Na. Das war jetzt auch eher so 2 B. Moment. Ja, die ist doch gut. So, ich mach das auch Oh, äh Hier ist er, oh, da, 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 komm Gib mir, gib mir, gib mir, oh Du kannst sterben gehen, ich hab hier oben gesaved Okay, dann lass mich mal sterben spielen Okay Diese Typen hier, ne, die kommen jetzt mittlerweile auch Vermeert Ach man, ich will mich da nicht festhalten So, das wollte ich Ich weiß ein Gottesnamen Der links daneben ist aber auch noch einer, den du verschieben kannst Was tust du? Ja, ja, seh ich schon, was du tust Jetzt da wahrscheinlich So, ne? Schätze ich mal So, was machst du jetzt? Also ich geh jetzt hier hoch Da hoch Richtig Okay Dann geh da hoch, ich geh hier oben weiter Ja? Okay Ich mach so, hm Nicht? Ich bin ja drüben, ich weiß ja nicht, wo du ihn willst, aber Oh, doofes Spike-Ding Ah, hier sind jetzt auch überall große Erfahrungsdinger Ah, Gott Ah, sicher hat's auch lustig zu werden Was soll denn das hier? Wo bist du überhaupt? Was soll? Ja Lauf Okay, ich glaub so war das nicht gedacht Ähm Ja, ist doch auch eine Plattform, die hin und her fährt, ne? Und da unten ist wieder so ein So ein Verschieber-Ding So ein Röhrenteil Gib uns, gib uns So Ich seh's nicht Gott Ah, 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 Lava Oh Hm Sagen, das war unser Tod, schon wieder Lange, sicher sterben wir ein bisschen zu häufig Gut, ja So Schere drüben Oh, what the fuck Gut Alter Sicher ist es echt lächerlich Nein Okay, jetzt nochmal konzentrieren Für die Quoten Und insbesondere für meine Renderzeiten Es klappt ja schon mal super mit dem Konzentrieren und so Ah, oin Den wollte ich nicht losmachen Ne, der sollte besser nicht los Oh Gott Sicher wird's echt anschlussvoll Fühle dich geschoben Ah, ich blockier ja Ja, wollt grad sagen Voll der Blocker Ja Gut, über das langsame Ding kannst du auch so drüber springen Ja, oder so Wart auf mich Jetzt hier oben ist halt Oh Ah Hier oben ist halt auch wieder Ja, komm Nein Ich will aber nicht Da oben, ah ja Oh ja, da ist nicht mehr in der Sicht So, jetzt sehe ich das Teil Wo ist denn da oben, kannst du mich nochmal navigieren, wo ist das Teil Auch wenn so auch uncool ist Ja, unten ist ja noch ein Teil Aber ich weiß halt Ups Dankeschön Immer gern Du weißt halt nicht, was das jetzt soll Da kannst du's halt jetzt Wenn du das jetzt da so dran machst Ist das halt immer noch da Ja, jetzt hab ich ein bisschen verteilt So Gott Also hier unten kannst du dich ja auf den Stein stellen, ne Jetzt muss man warten, bis die Plattform dann über uns drüber Hm Aua Lava Ah ja, das ist eventuell nicht so geschickt Mit dem Ding ins Bolzen, die Lava auf den Stein zu schieben Ja, der machte schon wieder Das ist auch uncool Das ist ernsthaft uncool Ich kann nicht, aber ich hab Bildchen, mein Bildchen bist so klein Ich hab Bildchen, mein Bildchen bist so klein Das ist das größere, wenn ich mal sagen Haha Ja Okay, na Aha Man, ich lade's mal grad bei dir zwischen Ja, ich lade's mal grad bei dir zwischen Ja, ich lade's mal grad bei dir zwischen Okay, kannst du jetzt hier nicht so ne, so ne Treppe machen aus den Genschen So? Ähm Ich glaub grad wär's so hochgekommen Ja, jetzt nicht mehr Nee Ja So, nicht so hoch Ja Darum ist übrigens XP Cool Das ist das Level auf Krieg Hehehe Lappt ab Jetzt kannst du auf Forstfeiler-Schuss liegen Wenn ihr mal ein bisschen mit Mausrad scrollt Ja Ja, Mausrad, so das sind normale Schüsse Explosive Schüsse Das sind immer noch Äh, wo hab ich denn? Oh, da ist der Eisbogen Aber das ist irgendein komischer Eis-Schuss Ah, jetzt ist das Ah, jetzt ist das Ich muss dafür... Ich muss dafür... Ich muss für Eis, muss ich die ganz durchziehen, aha Unterdorfen, glaub ich, lieber auch ein Feuerbogen Komm Komm Kurz Oh ja, es strömt noch bergauf Hehehe Wie dumm ist das denn? Hmhm Gott Was soll ich denn da mit den ganzen Teilen? Ich kann ja nix machen Nicht das Das ist total dämlich, was soll denn sowas? Ich mein, wo will ich denn hin mit dem Zeug? Das ist ein bisschen Takeshys Karlsruhe So ist natürlich auch nicht schlecht, so haben wir überall ein bisschen da, aber... Äh, das ist jetzt gar nicht mehr so easy Timing! Ah So ein Timing gibt's nicht, da durchzukommen Ganz ehrlich, Timing impossible, würde ich sagen Kann ich nicht... Jetzt kommt Trick 17 Ja Ich warte Ich muss den gerade ein bisschen hochschwenken Äh, so aber nicht Trick 17, ah ja Kann ich Kann ich den nicht andäunen Ich kann nicht So, aber den haben wir schon mal entfernt Okay Ja, eine, eine... Oh Mann, der muss immer runter, der fährt da ganz runter Ja Ich versuche den Tod, wie du nur einen Hauch von Lava abkrießt Ich versuche jetzt mal so Wie ein Hauch von Lava, ja Ich versuche jetzt mal hier so dadurch Aua, aua Ja, der Scheiß ist halt, die Lava fällt auch auf das Brett drauf und dann... Verteilt sich das auf dem Brett und dann, ja, tot, hey Schlecht, ne? Ja, bist du nicht Das war jetzt auch irgendwie semi-optimal Was aber jetzt komm ich Ach, das ist noch die erste Stelle, stimmt Okay, da müssen wir noch gar nicht sterben Ich würde sagen, oben ist einfach nur das Ding in sich wieder richtig eingestellt Warum auch immer Jaaa, ich würde gerne weiter zaubern Hey, wo ist das denn jetzt? So So Und festmachen Ja gut, so jetzt kommen wir hier auf jeden Fall rüber Da kam eine Plattform So, ja Ja, super Bitteschön Ganz toll Ah, gut Job Du lachst, ja? Ja, ich lache Das war aber ein komischer Versuch So Na, blöde Keule So So Jetzt kommt wieder dieses Hey Lass So, und jetzt machen wir mal ohne Zauber Das können wir sowieso nicht Du musst halt ganz vorne an der Plattform stehen Und dann nur mit einem Schild hochhalten, schätze ich mal Oh, leil Das war Das ist viel Lava Ist das Oh, 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 oh Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Und da kommt die, da kommt der Schildkrieg wieder Ahahahahaha Wie soll man da denn durch? Ah Oh mein Gott Gar nicht Ach, hörst du auf das Rad dann da unten Während die Plattform das wegblockt Block? Ja. Was man auch machen kann ist... ...äh. Und tschüss. So. So, next try. Ich hab noch eine andere Idee. Okay. Und das nein. Nee, komm, bitte verschone mich. Keine Ideen mehr. Oh mein Gott! Hätte ja klappen können. Oh mein Gott. Schau. Naja. Oh Gott. Aua. Da kam die. Aua. Aua. Oh, Freunde! Zeig mal! Ich find's schlinder. Oh Gott! Wie sieht das denn aus? Aus.